Das ist das völlig falsche Gebrauch Was kommt denn da jetzt schon wieder? Hör auf Zeug zu bauen, das ist böse Red mit uns Ach Blödsinn Halt, Moment, stimmt Wir hoffen meine großen Fliecher zu schießen Gott, wie der halt einfach mal eine ganze Armee platt macht Wenn das so ein paar Licht glitzen Hey, was soll denn der Scheiß? Anwähre uns nun Das hält mich nicht auf Oh, nur einen Moment, welches, hä? Vielleicht werde ich das Unterwegs Nein, jetzt könnt ihr ihn sehen Scheiß Held Ich gebe ihr die Befehle Weißt doch nicht, was das für einer ist, aber... Na, dein Imperator Da bringt meine Tarnung gar nichts mehr Ja, das siehst du mal Ja, das siehst du mal Ja, komm, mit dem Transporter Ach so Cheater So, du bist auch nicht Was war das jetzt, Orpitalbom-Remo? Ne, normales Okay Ja, der Umzug nach irgendwo Gebäude Sie werden von mir niederkriegen Kommt ihr schon wieder mit neuen Truppen? Bald wird die Rebellion zerschmeckt werden Sie mal gut Ja, richtig, ich brauche Infanterieeinheiten, um Gebäude bauen zu können Was wollen wir noch? Das ist so böse, der Imperator Ich mach die halbe Armee platt Ja, das ist böse Grill sie Geht nicht, dein Blitz ist nicht aufgeladen Ich kann den jetzt so alleine Oh ja Oh, er hat Handgranaten, die ich nochmal mit einem Schlag töten müsste So, Blitz, euer Arm Signal platzieren Okay Jetzt wird ja gleich Hackfleisch gemacht Aufbau Handelaat Kann man jetzt mal machen Äh Hm Kommen jetzt das Bomber-Remo oder wie sieht das aus? Ich bin noch bei, ja Nein, ich mein dieses Orpital-Bomber-Remo Hab ich schon zu 66% fertig Ich hab's schon zu 100% fertig gehabt Aber es kommt irgendwie nicht Achso Okay Okay Wir haben auch nicht die Zwei Ja, du hast Neu mal kommandier dich herum Neu mal kommandier dich herum Ein denn Reichweite Was ist? Nein, ich hab's auch Burscht Boah So herrlich ineffizient Du ganz alleine, hm? Schon klar. 90, 91, 92. Ich würde das gern noch sehen. Nein. Och man, 95, 96. Oh ja, lauf zum Imperator. Ich habe einfach mal überhaupt keine Chance. In 10 Minuten in Schussweite? Wie, da muss ich noch eine Zeit lang abwarten? Ich teste mal was. Achtung. Ja, das ist gut. Was hast du denn getestet? Ist ein Imperator getötet. Das ist Orbitalbombenummer. Meins ist viel übler. Ey, ihr müsst deine Gebäude nicht installieren. Das ist noch leid. Leid, dass du noch Infanterie hast. Zurück die mal. Da ist noch ein Gebäude unten links. Unten links ist auch noch was. Wieso sehe ich das nicht? Unten links? Schön, dass ich den Imperator wieder bauen kann. Ach da, okay. Aufrüstung läuft. Aufrüstung läuft. Warum kann ich diese Transporter nicht abschießen? Beginne Angriff. Wieso hast du nicht aufstanden, neue Truppen zu schicken? Jetzt sind die Gratiseinheiten. Was kann ich denn dafür? Sind die Gratiseinheiten? Das war das jetzt nur so. Na ja, und du auch. So, ähm. Alles Einheiten, die du hast. Die kannst du dann halt immer wieder rufen, wenn sie tot sind. Und? Nach einer Zeit. Wir haben gesiegt. Oh nein, wir haben den Imperator verloren. Oh. Der Gegner hat irgend so eine Katze verloren oder so. Oder Echse oder so, wie wir das darstellen sollen. Ja, den Imperator habe ich ja getötet. Glaub ich. Verkürst du meinen Imperator? Nee, ich habe den Imperator. Achso. Den kann ich Honky gar nicht verwunden, ne? Nee. Okay. Was sind das für scheiß Spiele? Ja. Also ich kenne andere Spiele, die sind besser, ne? Da kann man sich gegenseitig verwunden. Die sind halt besser programmiert. Äh, ja. Naja. Ah. Ah, wie macht diese komischen Geräusche. Ah, ja. Hm. Wie spät ist es überhaupt? Szene. Oh. Kann es ja nicht mehr lange dauern. Ja. Ja, wir machen noch eines Dings hier. Weltraum. Oh Gott. Hey, wir könnten alle drei gegen drei schwere KIs spielen. Oder gegen Affe. Ja, können wir ja immer machen. Können wir ja immer machen. Wie schwer ist die schwere KI? Kann man so machen. Ich finde es ja schön, dass ich mich selbst durch eine KI ersetzen kann. Hm. Aber ich kann nur drei. Äh. Das ist ein Scheiß. Das ist ein Spielmap. Nein, das neue Spielmap. Das, weil es da steht, muss das nicht wahr sein. Okay. Das geht trotzdem nicht. Äh. Ja. Keine Ahnung. Dann muss es so gehen. Vielleicht sollte Dragon vorher noch seine Seite wechseln. Also, leg mal los. Team 1 Dragon. Ja. Wieso wäre es noch Team 1 jetzt? Ja, die fällige Nation halt. So wie ich. Ich bin Rebellenteam 2, das geht. Ihr beide misst Team 1 im Team. Das kann ein Imperium sein oder Konsortium sein. Pfff. Dragon ist glaube ich tot. Er sagt gar nichts mehr. Der hat ja auch nur 55 Frames, da kann das nichts mehr. Bei der KI steht gar nicht wie viel es er hat. Oh, klickt ihr bereit oder? Oder geht das nicht? Geht nicht. Was geht nicht? Dragon hat die falsche Seite. Der ist immer noch Konsortium. konsortium er ist tot nehmen wir auch konsortium los er ist tot er kann nicht auf annehmen klicken hey verdammt du bist tot auf annehmen zu klicken er redet nicht bei mir uns Arschloch er sagt nichts mehr ich will auf nicht dieselbe folie kann sagen die koppel bekannt vor aber nie das ist doch nicht was die stimme oder was die märz was soll man das was das was mit zwei gegen zwei gespielt haben es hat aber lang gedauert ja eigentlich ja nicht aber die haben sie losgezögelt schlagkreuz das einzige was noch besser ist als schlachtkreuzer sind noch mehr schlachtkreuzer was stand da eben mit bord keine ahnung irgendwie kompositiv den chat verlauf anzeigen lassen oder ich drücke einfach mal die f tasten durch oder auch nicht ja keine ahnung ich muss mich dieses ding aufrüsten komm schon oh das sind gegner wieso sind da gegner die dürfen keine gegner sein schrecklich effizient sind die liga schrecklich effizient sind die liga ich hab einen ja ich sterbe gleich hier oben und und rekenredet nicht mehr mit uns na voll das Arschloch aber er spielt noch, das reicht ja auch ja und ich sterb hier grad glaube ich komm mal hoch ich bin mir nicht so sicher ja mich verwirrt dieses spiel ein bisschen ja was ist das bosks kenn ich gar nicht wir sind unübersichtlich ab und zu diese Welt rumschlachten aha was ist das denn Kanonenboot was Kanonenboot ja es hat Raketen drauf schlachtkreuze ja ich glaube meine Einheiten sind alle tot ah die leben noch erstaunlicherweise leben die immer noch wo ist überhaupt mein Mammutpanzer hm der hat beim letzten mal so viel Erfolge gezielt ich kann nicht mal genau sagen was meine Schiffe sind und was die Gegner sind ach das sind meine glaube ich deine sind so grün nicht glaube ich ja wir haben so einen grünen Kreis rum das ist so komisch die sehen aus wie keine Ahnung so so Flugzeuge mit gelingen Flügeln dran wie in Sigr of Evermore das erste Flugzeug ha ich hab's einfach drauf nein wieso kann ich das Ding jetzt nicht aufrüsten hallo hallo was ich mir bauen ab wo wir bauen wo ist der zweite hin ja hallo achso du baust da schon was drauf oder wie also ich baue schon oben und unten ja und links jetzt auch und ja ich wollte da was bauen aber es geht nimmer und wo ist der zweite hin da ist der zweite oder der Gegner schon was gebaut ich sollte auch mal was bauen ach nö ich rüste lieber die Raumstation auf ja äh ich hab doch genug Geld warum kann ich die nicht aufrüsten hallo hallo achso achso weil Stufe 2 noch nicht fertig ist achso weil Stufe 2 noch nicht fertig ist meine Vernichtungskraft ist atemberaubend oh was ist das denn da ist irgendwas unsichtbares ja dann mach's sichtbar das blinkt nur so ein bisschen jetzt gibt's Zeug zum aufrüsten satt ach ich liebe es aufzurüsten oh ja ich brauch's zwar nicht oder ich hab keine Ahnung ob ich es immer brauche aber ich liebe es einfach Zeug aufzurüsten einfach mal forschen das passt schon ja ich lieb's einfach oh haben sie Pult gemacht unten im Süden des Pult jetzt ja ich versuch oben auch was bei deinem Platz zu machen ja das ist ein Schiff das ich da hab hallo Verstärkung wie geht die heute noch na endlich hallo jetzt werde ich auswählen so jetzt geht es vielleicht mal ein bisschen schneller hier da wird es vielleicht heute noch fertig was ich glaube wir brauchen bessere Panzerung schön wir haben da einen Helden da hat da voll mein Schiff zerballert ja ja jetzt gibt's noch was ist aufgelöst ich brauch mal einen davon und ich hab's noch mehr ich hab's noch mehr und mach die Pfeife Platz das ist nur Hans Solo oder da ist irgendetwas drauf ja was ich helfe dir ein bisschen mit dem komischen Flieger da den ich hab ich hab Verstärkungen ich hab Verstärkungen das waren nutzlose Müllschiffe die ich brauch und jetzt abhauen ja das hat man gern ne da fliegen wir nicht mit hallo boah nur wir den also noch einer ach leck mich doch so Hans Solo ist weg oh Dragon greift schon gut ein ne Dragon ist tot nein der greift an da rechts guck doch mal das sind nur seine Truppen das ist langweilig ach so er hat auf KI umgestellt ja ich hab ihn vorhin durch ne KI ersetzt da wieder was vorwärts geht was ist das denn gut dann kann ich hier oben ja mal weiter fliegen ich flieg da hinten zu dem Mond die gegner Raumstation wurde ernsthaft beschädigt hallo er soll da runter fliegen hallo ach dann fliegt halt irgendwo anders hin mir doch auch egal greift unsere Raumstation an ich hab solche Angst wofür war ich bin mir schreckt in das was ich brauche nochmal ein paar von den Dingern mit Vector Die sind zwar keine Ahnung, ob die gut sind, aber egal Die sind billiger Egal, ich rüste gerade unsere Raumstation auf Und da ist irgendwie elektrischer Sturm, ist das schlecht? Soll ich vielleicht nicht reinfliegen? Ja, keine Ahnung, da ist Achen Scheiße Ich seh schon Kommen ein paar Feinde, ne? Ach, so Täuscht Vernachlässigbar Ui, cool Was wollen meine Frakate jetzt statt? Hm, hab ich doch die wichtigen gebaut So, und noch mehr und, oh Gott Oh Gott, die kann man nochmal aufrüsten Ja, mein Schiff ist gleich im Arsch Ach Wer hat nicht gern ein Schiff im Arsch? Ja, ne Oh, ich hab neue Einheiten Nein 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 Da hin Und da hin Und da hin Und da hin Oh, ich hab ja nur zwei Na Ich hab ja noch mal weg Danke, du smells mal weg So, ich kann schon Klein Schiffchen So, nie Kind Ansono schon wieder auch schon wieder aber noch nicht an unsere Basis, die reicht erstmal meine Schütze an aber er hat keine Chance, der ist schon im roten Bereich, also ok er ist gleich tot auf mich er lebt noch, aber er hat nicht mehr Schül ey, wir haben schon eine Einheit von mir getötet ist doch nicht schön was zur Hölle ist das denn? was? der hat irgendein ordentlich Schild ja, von Solo oder was? nein, dieses Schiff ah, jetzt ist es glaube ich weg ja, jetzt ist es weg zum Glück dann weg geworden das stört Aggressor-Klasse oh so schwer war die KI ja gar nicht nö, Dregner hat auch nicht reingehauen, also seine KI angebe 11 Minuten und 13 Minuten oh er ist wieder da mein Mikro war die ganze Zeit stumm geschaltet er ist untot er ist untot von denen ist er unendlich verfügbar, ne was ist unendlich verfügbar? superwaffe von denen cool wie ein Ko-Malik-Konger wie ein Ko-Malik-Konger ich habe übrigens 90 Frames grad und haben wir noch eins, oder? eher nicht, ne? keine Ahnung, was sagt die Uhr? 18 nach ach, da geht noch eins ok ich setze mir dann dezent ab man, ich brauche dringend mal wieder eine Freundin hier ist ein Haufen Staub, der gewischt werden muss der hat immer noch 55 Frames er hat immer noch 55 Frames er hat immer noch 55 Frames mach mal so 1 2 ja ja Gehst du Team 2, Hongi, oder was? Team 2? ne, das spiel ich ja mit dir zu haben, ist ja ekelhaft ne, das spiel ich ja mit dir zu haben, ist ja ekelhaft jetzt verliere ich wäre da toll was nehmen wir? Konsortium, oder? ähm Rebellen haben wir doch nicht, ne Rebellen ok oh, annehmen er sagt er ist so gut im Weltraum wer war nicht gesagt, dass ich Profi bin ich er ist Profi? hab ich auch nicht gesagt hab ich auch gesagt wir greifen an sag mal bist du denn gut Aufrüstung läuft mhm mhm Fahrzeug wird produziert die Maps sehen ja alle gleich aus ich glaub das ist die, die wir mal gespielt haben, oder? mhm, nein oder? weißt du nicht ich glaub unsere Raumstation war mehr unten, oder? der hier mehr oben, oder? keine Ahnung auf jeden Fall voll scheiße mhm, hab ich da nicht irgendwas bestellt? ach so, der rüstet noch ah ja, ja war ja Otto Versand, oder wo? mhm, Otto hallo du bist also ein Otto hallo, du kannst dir nix bauen hallo hallo nein, was soll ich empfehlen boah, ich verstell' ich nix nur Amazon alternate die haben immer alles auf Lage melde mich wie befohlen die 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 zu